Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal unterwegs. Wir sind hier auf dem Amigo Spielefest und ich habe mir mal wieder die Andrea geschnappt von Amigo natürlich. Und liebe Andrea, erzähl uns doch erstmal, was ist überhaupt das Amigo Spielefest und wo sind wir hier in diesem Jahr? Wir sind in Dietzenbach, also da wo unsere Firma auch zu Hause ist. Und das Amigo Spielefest richten wir jetzt seit 2017 aus und bündeln da so ein bisschen unsere ganzen Meisterschaften von allen Turnieren, von Wizard, Bonanza, Sexnimmt, Saboteur und so weiter und haben dann so ein ganzes Wochenende letztendlich, wo dann auch so ein bisschen Rahmenprogramm für Familien dabei ist. Was gibt es hier für Rahmenprogramm? Also wir haben eine Hüpfburg, wir haben ein Glücksrad, eine Tombola, es gibt auch eine Spielausleihe und da kann die Spiele sich erklären lassen. Wir haben für jede unserer Neuheiten auch eine Spielstation, das heißt da ist dann auch immer ein Erklärer dabei oder eine Erklärerin, die dann das Spiel vorstellen kann. Es gibt so einen Stempelpass, da kann man dann sich auch immer Stempelchen holen und dann sich einen kleinen Preis am Ende abholen. Also es gibt genug zu tun. Und ihr wart ja nicht immer in Dietzenbach, ihr wechselt immer mal den Ort. Wisst ihr schon, wo es nächstes Jahr stattfindet und warum wechselt ihr eigentlich immer den Ort? Also wo es nächstes Jahr stattfindet, wissen wir noch nicht hundertprozentig, aber wir versuchen so ein bisschen jede Region auch mal abzuholen sozusagen. Dass jetzt jemand, der in Berlin wohnt, nicht jedes Mal 600 Kilometer fahren muss, sondern vielleicht auch mal ein bisschen näher hat. Und deswegen wollen wir es immer ein bisschen reisen lassen, damit jeder mal eine etwas längere und etwas kürzere Anreise hat. Das ist ja nett. Jetzt habt ihr ja hier Turniere, hast du gerade schon angesprochen. Welche Turniere gibt es denn hier und wer kann da mitmachen? Also jetzt gerade am Samstag haben wir das große Wizard-Turnier. Das ist auch das mit den meisten Teilnehmenden. Das richten wir auch schon seit 2008 aus. Also das hat auch eine längere Tradition. Übrigens, Fun Fact, das hat das erste Jahr auch hier stattgefunden. Also wir sind zurückgekehrt sozusagen und das findet jetzt den ganzen Samstag statt. Und sonntags haben wir noch Bonanza, Sechs-Nimmt, Saboteur und Set. Also auch eine ganze Menge. Und mitmachen kann jeder, der Lust hat? Bei Wizard und bei Sechs-Nimmt gibt es Vorrunden. Also da muss man sich qualifizieren, bei Saboteur ebenfalls. Und die anderen sind tatsächlich frei. Also da kann man auch noch entweder hier mit einem Last-Chance-Qualifier spontan sich dazu entschließen mitzumachen oder bei Set kann man einfach vorbeikommen. Jetzt haben wir uns ja schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Erzähl doch mal, wie ist es Amigo in den letzten Jahren, muss ich ja jetzt sogar schon sagen, ergangen? Ja, also wie das eigentlich mit den meisten Spieleverlagen ist, hatte Corona den, ja, einer der wenigen Vorteile an Corona war, dass die Leute wieder zu den Brettspielen und Gesellschaftsspielen zurückgefunden haben. Von daher war Corona für uns jetzt eine Zeit, wo wirklich auch viel gespielt wurde, wo wir uns da nicht beklagen können. Und wir freuen uns aber, dass wir jetzt auch wieder eben zu Veranstaltungen und sowas zurückkehren konnten. Das war ja im letzten Jahr auch schon der Fall, im letzten Jahr. Ja, aber da war es eben noch nicht so, ja, da gab es noch viele, die ein bisschen vorsichtiger sind und jetzt kann man eben auch wieder Veranstaltungen machen. Und wenn ich es richtig mitbekommen habe, gab es auch bei euch in der Redaktion ein paar Änderungen. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen erzählen, wie ihr jetzt im Moment im Verlag aufgestellt seid. Genau, der Christian Hildenbrand hat uns ja verlassen und sich jetzt auf eigene Beine gestellt sozusagen. Und wir haben jetzt aber das Team auch wieder aufgestockt. Wir haben jetzt einen weiteren Volontär mit an Bord, der auch super fit ist. Und von daher haben wir da jetzt trotzdem ein gutes Team, die sich um unsere Neuheiten und natürlich auch um die Pflege von unseren Klassikern gut kümmern können. Ja, über eure Neuheiten sprechen wir gleich noch. Auch jetzt sind wir ja schon, kann man sagen, fast kurz vor der Spiel. Und bei der Spiel ist ja einiges neu in diesem Jahr. Zum Beispiel die Hallenpläne sind komplett neu. Jetzt erzähl du doch mal aus Verlagssicht, wie war das für euch, als ihr erfahren habt, alles wird sich ändern, alle Stände sind neu, ihr müsst euch neu orientieren. Wie war das so für euch? Also das Gute war, dass eigentlich alle Verlage, die jetzt umgezogen sind in die Halle 6, und sich einig waren, dass wir das nur wollen, wenn alle mitmachen sozusagen. Also dass man nicht als einzelner Verlag dann auf einmal in einer anderen Halle ist und alles andere bleibt, wie es vorher war. Und da waren sich alle einig und deswegen haben auch alle an einem Strang gezogen. Und deswegen ist es jetzt, natürlich ist eine Veränderung immer spannend, weil man nie genau weiß, wie sieht es jetzt genau aus, wie sind so die Gänge, wie kommt man wohin und so. Aber es sind eben alle mit umgezogen von den Verlagen, die eben sich auch mit Familien spielen, wie wir, beschäftigen. Und von daher glaube ich, dass das gut wird. Das klingt doch ganz gut. Jetzt sprechen wir über eure Neuheiten. Du hast sie auch hier auf dem Tisch liegen. Als erstes fällt auf, ihr hattet ja das sehr erfolgreiche Zauberberg. Und jetzt liegt hier das Zauberzwerg. Das klingt ja recht ähnlich. Also gehe ich mal davon aus, dass die beiden was miteinander zu tun haben, oder? Erzähl doch mal. Genau, richtig kombiniert. Das ist quasi die Fortsetzung auch der Geschichte von Zauberberg. Also die Zauberlehrlinge sind jetzt unten angekommen und es geht jetzt weiter zum Zauberzwerg Rupert, der ihn für ihre Zauberstäbe aus seiner Mine Zaubersteine organisiert. Und sie müssen eben zu Rupert kommen. Da sind auch wieder die Hexen auf demselben Weg. Und jetzt hat man aber keinen 3D-Aufbau, sondern es ist so ein Weg aus so Puzzleteilen gelegt. Und drumherum, wie die Wälder, wie die Bäume, sind die Karten, die man dann umdrehen muss und entsprechend was zu sehen ist. Also es ist ein Zauberlehrling oder eine Hexe. Mit welchem Irrlicht, welcher Farbe kann man dann gemeinsam entscheiden, welche Figur man wohin setzen möchte. Kann man vielleicht einen großen Sprung machen oder vielleicht nur ein, zwei Felder. Also man hat trotzdem dieses Zauberberggefühl, aber es ist eben ein etwas kleineres Kartenspiel. Und war zuerst das Kartenspiel da und ihr habt dann gesagt, ach, das passt ja gut als Fortsetzung oder war gleich die Idee geboren, wir wollen eine Fortsetzung und dann entstand das Kartenspiel? Also das Spiel ist schon von den beiden Autoren an uns herangetragen worden als konkrete Fortsetzung. Es ist nicht so, dass man sich gedacht hat, ach, jetzt ist das Spiel da und dann modeln wir das irgendwie um, sondern das war schon so konzipiert als Zauberberg-Nachfolger, sage ich jetzt mal. Genau, und ist natürlich auch wieder im Kinderspielbereich. Genau, ja. Und dann habt ihr ja noch fünf weitere Spiele, die jetzt im Familienbereich liegen, wobei eins sogar ab 16 ist, wie ich hier gerade sehe. Dann würde ich sagen, erzähl uns doch kurz zu jedem Spiel ein bisschen was. Ja, gerne. Dann starte ich doch mal mit dem etwas höheren Alter, das Unsolve. Da haben wir letztes Jahr ja schon einen Fall rausgebracht. Das ist eben eine Krimi-Spielreihe, die aber sich nur über Bilder, das ist nicht der Fall, erschließt. Also es gibt keine Erklärung, keine Vorgeschichte. Man kommt also an den Tatort, wie wenn er auch tatsächlich passieren würde und muss eben zusammen mit den anderen anhand der Karten erschließen, was passiert ist und dann Fragen beantworten. Und das ist jetzt im Prinzip ein neuer Fall mit neuer Geschichte und drei neuen Kapiteln. Dann haben wir The Academy. Das ist ein Stichspiel, wobei es eben da nicht nur einfach reicht, möglichst viele Stiche zu machen, sondern jeder Spieler hat oder jede Spielende eine Rolle oder eine Aufgabe pro Runde, die man erfüllen muss. Also es gibt zum Beispiel den Käpt'n und den Teamplayer, die zusammenspielen und gemeinsam mehr Stiche haben müssen als das Mastermind zum Beispiel. Und Mastermind muss mindestens genauso viele Stiche machen wie die beiden. Also jeder hat so seine Rolle, die sich aber pro Runde auch immer weiter drehen. Also es ist jetzt nicht so, man hat am Anfang Pech und eine Rolle, die einem nicht passt, sondern jeder schlüpft mal in jede Rolle. Und wenn man seine Aufgabe erfüllt hat, dann bekommt man Auszeichnungen. Wenn man drei Auszeichnungen hat, kann man theoretisch das Spiel beenden und gewinnen. Man muss dann aber am Ende die lila sieben, das Ass aus dem Ärmel, in einem seiner Stiche haben. Dann hat man erst gewonnen. Also es hat so ein paar Kniffe. Es gibt auch noch Sonderregeln während der Runden, die dann nochmal ein bisschen Pepp reinbringen. Also es hat sehr viele Kniffe, die es nochmal besonders machen. Dann haben wir noch Zebra. Ja, es ist eins der Spiele mit Golfprinzip. Also da gibt es ja auch mittlerweile einige mit Sky Joe. Wir haben Bibergänge ja auch bei uns oder Biberbande, wo man seine Auslage optimieren muss. Das ist ja auch so. Man hat jetzt aber anders als bei den anderen Spielen, wo man seine Auslage optimiert, mehr Möglichkeiten. Also ich habe meine Auslage, kann aber auch mit anderen tauschen. Also wenn ich in der Auslage eines Mitspielenden was habe, kann ich mir das nehmen unter bestimmten Voraussetzungen. Ich kann Sets nicht nur durch Zahlen, sondern auch durch Farben ändern. Ich kann auch innerhalb meiner Auslage Karten tauschen. Also es hat nochmal ein bisschen mehr Dynamik, dass man nicht nur so vor sich hinspielt, sondern auch mit den anderen in Kontakt ist sozusagen. Genau. Dann haben wir noch Kabanga. Das ist ein Legespiel, sage ich mal. Es geht darum, seine Handkarten loszuwerden. Das sind Zahlenkarten von 1 bis 18 und es gibt vier Farbreihen und neben jeder Farbrei liegt links und rechts eine Zahl. Und ich kann dann immer eine Karte auflegen und muss eine möglichst geringe Lücke bilden. Also wenn ich jetzt eine 1 liegen habe und eine 18, versuche ich eine Karte zu legen, die entweder nah an der 1 oder der 18 ist, damit die Lücke nicht so groß ist. Das wäre meine Mitspielenden, wenn sie eine Karte haben, die da genau reinkommt oder reinpasst, sie mir hinwerfen können. Und ich muss dann dafür Handkarten ziehen, da ich meine Karten loswerden will und die Minuspunkte bringe, versuche ich das natürlich zu verhindern. Also es ist auch, klingt erstmal ganz easy, einfach Karten ablegen, aber auch da gibt es eine schöne Dynamik zwischen den Mitspielenden. Ja und zu guter Letzt haben wir noch Schrödingers Katzen, hätte ich eigentlich zuerst nennen können, weil wir das auch schon seit Juni in ausgewählten Fachhandel schon vertreiben seit Juni. Von daher ist es eigentlich am längsten draußen. Das ist so ein Bluffspiel letztendlich. Also diejenigen, die Bluff kennen, werden da einige Parallelen erkennen, hat aber auch hier wieder einige Besonderheiten. Also es gibt Physikkatzen, das spielt natürlich so ein bisschen mit dem Physiker Schrödinger und seinem Gedankenexperiment mit den toten und lebendigen Katzen. Und hier muss man zum einen anhand seiner Karten einschätzen, wie viele Karten einer Sorte bei den anderen, also sprich im ganzen Spiel vorhanden sind und das dann auf so einem Brett markieren. Und man hat aber eben auch noch Sonderkarten, die Physikkatzen, die einem helfen einmal im Spiel vielleicht das Ruder nochmal rumzureißen. Man kann auch Karten ausspielen, um den anderen zu beweisen, hey, ich habe aber wirklich drei Karten mit lebendigen Katzen. Das heißt, mein Gebot oder das, was ich gesagt habe, stimmt. Und ja, da gibt es einfach auch noch ein paar mehr Möglichkeiten, wie man das Ruder rumreißen kann. Lass uns nochmal kurz über Zebra sprechen. Und zwar einer der Autoren ist ja Uwe Mölter. Und der Uwe war lange Redakteur bei euch. Ist es denn für einen ehemaligen Redakteur leichter, sein Spiel bei euch unterzubringen? Weil ich kann mir vorstellen, ihr kriegt pro Jahr tausende von Spieleanfragen. Und wenn ihr dann seht, oh hier, das war mal unser Redakteur, das gucken wir mal zuerst an. Ist es dann so? Also ich glaube schon, dass man da wahrscheinlich eher hängen bleibt und sagt, so hoch, der Uwe, warum bringt der uns denn jetzt ein Spiel mit? Wird wahrscheinlich dann auch auf einer Messe oder sowas gewesen sein. Das weiß ich tatsächlich gar nicht genau, wie er das uns präsentiert hat. Aber klar, guckt man dann nochmal genauer, weil man natürlich auch neugierig ist, was der ehemalige Kollege da fabriziert hat. Aber ansonsten machen wir da jetzt keinen Unterschied, dass wir sagen, ach ja, das ist der Uwe und deswegen kommt das Spiel raus. Wenn wir merken, das passt nicht zu uns oder irgendwie fehlt vielleicht noch was, irgendwas ist am Mechanismus vielleicht noch nicht in Ordnung, dann geben wir das genauso als Feedback zurück, wie wenn das jetzt jemand wäre, mit dem wir noch gar nicht zusammengearbeitet haben. Ja, jetzt hast du schon gesagt, Schrödingers Katzen ist seit Juni im Fachhandel verfügbar. Wie ist es mit den anderen Neuheiten und ist Schrödingers Katzen jetzt mittlerweile überall verfügbar? Genau, also unsere Neuheiten bringen wir ja klassischerweise immer zum 1.9. raus, das ist auch dieses Mal so passiert. Das heißt, sie sind jetzt mittlerweile auch alle erhältlich, also sprich, Schrödingers Katzen gibt es jetzt auch überall. Sehr schön. Dann wollen wir abschließend noch einen kleinen Blick auf die Spielwerfen. Wir haben schon über den Stand gesprochen. Was kann man bei euch am Stand erleben? Außer natürlich eure Neuheiten. Warum lohnt es sich, zu euch zu kommen? Also wir haben natürlich wie immer unsere Neuheiten, aber auch wenn man jetzt mit der Familie da ist und man hat vielleicht gerade nur noch 20 Minuten und will eigentlich gar nichts Neues mehr lernen, haben wir auch immer unsere Klassiker dabei. Das heißt, man kann auch einfach immer mal so was spielen. Der Saboteurautor wird auch vor Ort sein und mit den Leuten vor Ort spielen. Also wir haben auch so da immer mal noch einen Gast mit am Stand. Und ansonsten bieten wir einfach viel Spielspaß, würde ich sagen. Das klingt doch gut. Ja, dann wünsche ich euch hier noch ein schönes Spielefest und dann natürlich auch viel Erfolg auf der Messe. Viel Erfolg mit euren Neuheiten. Und ich bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich für das Interview. Sehr gerne, wie immer.